Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Themenreihe kurz erklärt. Heute geht es sich um das Thema Dosierpumpen in Verbindung mit dem Versorgungssystem, was ich zu beachten habe, etc. pp. erkläre ich euch gleich. Ja Leute, das Thema Dosierpumpen. Viele fragen sich, warum brauche ich eine Dosierpumpe? Reicht es nicht aus, wenn ich in meinem Nano-Becken nachmittags, wenn ich nach Hause komme, die Menge X reinpumpe und dann dementsprechend ist alles Gute? Ja, theoretisch gesehen habt ihr die Menge reingepumpt, die dann über den Tag verbraucht wird. Was ihr allerdings nicht gemacht habt, ist das, was wir mit einer Dosierpumpe erreichen wollen im Endeffekt, nämlich Konstanz reinbringen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich sage jetzt mal, ihr habt abends an diesem Punkt euer Material reingebracht und dann wird es langsam und sicher verbraucht, bis zu dem Punkt, wo ihr wieder nach Hause kommt und sagt, okay, jetzt muss ich wieder nachdosieren und dann geht das schlagartig wieder nach oben und dann beginnt das Gleiche wieder. Somit habt ihr einen extremen Sägezahneffekt und je nachdem, wie viel ihr über den Tag dosieren müsst, damit dementsprechend der KH-Verbrauch ausgeglichen wird oder das Calcium, ist dieser Effekt natürlich extrem groß. Wenn das einen Größenwert von mehr wie ein DKH überschreitet, kann das auch teilweise bei Tieren zu Schäden führen. Deshalb empfehle ich grundsätzlich, wenn das Versorgungssystem, beziehungsweise wenn man merkt, dass die Korallen jetzt langsam aber sicher anfangen, richtig zu ziehen und ein entsprechender Verbrauch da ist, hinzugehen und eine Dosieranlage zu installieren. Die Dosieranlage ist egal, was ihr da benutzt, bietet euch die Möglichkeit, mehrere Dosierpunkte über den Tag zu verteilen. Ich bin zum Beispiel jemand, der benutzt zehn Dosierpunkte am Tag, gleichmäßig über den gesamten Tag verteilt und somit habe ich gewährleistet, dass auch dementsprechend eine konstante Menge regelmäßig zugeführt wird und dieser Sägezahneffekt, den ich euch am Anfang gezeigt habe, abgemildert wird. Ja, kommen wir zu den entsprechenden Anlagen, die wir am Markt haben. Und da sieht es im Endeffekt so aus, dass wir zwei Typen haben. Einmal die App-gesteuerten und einmal die am Gerät gesteuerten Anlagen. Die generell, ja, ich sage es mal, Dinosaurier unter den Anlagen sind natürlich die, die direkt an dem Gerät gesteuert werden und die haben in der Regel auch andere Leistungsdaten, tatsächlich wie die Geräte, die heutzutage am Markt sind. Die App-gesteuert sind einerseits und andererseits damit werben. Wir sind hochpräzise. So, grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mir eine Dosieranlage anschaffe, dass ich im Vorfeld hingehe und mir anschaue, wo will ich sie verbauen, was muss diese Anlage können, schafft sie den Weg von dem Punkt aus, wo ich sie installiert habe, bis zu meinem Dosierpunkt, also sprich dem Eintropfpunkt, ist diese Strecke von dieser Anlage zu bewältigen. Da haben wir heutzutage einige Sachen am Markt, wo auch der Hersteller sagt, damit zum Beispiel bei den Präzisionsanlagen oder bei den App-gesteuerten Anlagen ist es so, bei vielen, dass sie nach Möglichkeit so nah wie möglich am Wasser sein sollten, höhentechnisch 20 bis 30 Zentimeter maximal höher oder tiefer liegen dürfen, damit auch die entsprechende Präzision, die von diesen Anlagen gefordert wird, beziehungsweise womit diese beworben werden, auch erreicht werden kann. So, jetzt ist es im Endeffekt so, dass diese neueren Anlagen, App-gesteuerten Anlagen, da blende ich euch auch dementsprechend hier mal ein Bild ein, Flüssigkeitsstände überwachen. Das funktioniert im Prinzip relativ simpel. Wir gehen am Anfang hin, kalibrieren unsere Anlage, wobei, da komme ich jetzt gleich nochmal kurz drauf, auch das Kalibrieren, kalibrieren unsere Anlage, sagen der Anlage, pass auf, ich habe da einen 2 Liter Behälter mit KH und Kalzium stehen, das geben wir in die Anlage ein und die Anlage sagt dann, okay, alles klar, den Rest berechnet sie im Hintergrund. Gesetzt im Fall, dass man alles so richtig gemacht hat, wie es der Hersteller will, kommt am Ende auch natürlich das raus, was dementsprechend an der Anlage eingestellt wird. Wenn ich also sage, ich möchte jetzt 5 Milliliter haben, kann ich euch auch mal kurz eine Kleinigkeit einblenden. Da habe ich von meiner eigenen Anlage eine Überprüfung gemacht. Wo ist das Video? Genau da. Und zwar, da bin ich hingegangen und habe meine entsprechenden Einstellungen der Anlage überprüft mit einer Feinwaage. Kann man natürlich auch mit einem Messzylinder oder ähnlichen machen. Ich habe 5 Milliliter eingegeben und die Anlage hat eine Toleranz von plus minus 0,1. So, und da haben wir jetzt beim ersten Versuch eine 5,06, also innerhalb der Toleranz. Und bei dem zweiten Wert werden wir jetzt gleich sehen, dass die auch innerhalb der Toleranz liegen wird. Das ist tatsächlich nur möglich, wenn man sich an die Vorschriften bzw. Einbauempfehlungen der Anlagen hält. So, 5,05 habt ihr gesehen. Das ist dementsprechend das, womit ich hier dann arbeite. Andere Anlagen, ich sage jetzt mal ältere Anlagen, haben zum Beispiel kein Problem, einen Höhenunterschied von, ich sage jetzt mal, 60, 70, 80 Zentimeter ohne Probleme zu überbrücken. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt Kalibrieren. Wenn ich mir jetzt eine Anlage kaufe, die meinetwegen in der Lage ist, eine solche Höhe zu überbrücken, dann muss ich natürlich auch hingehen und in dem Moment sagen, pass auf, wenn ich eine Anlage kalibriere, dann muss sie auch die Kalibrierung so durchführen, dass sie dementsprechend da oben vor Ort dann auch installiert ist. Das heißt, wenn ich die zu abzugreifende Menge für die Kalibrierung da oben abgreife, dann muss auch da oben diese 70 Zentimeter überbrückt werden. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, jetzt nehme ich das Ding mal eben runter, weil es bequemer ist und halte das neben das Aquarium und lasse dann laufen. Nein, das funktioniert nicht. Der muss tatsächlich diese Säule, diese Wasserdrucksäule im Endeffekt überwinden, damit auch gewährleistet ist, dass wenn ich eine Anlage einstelle, okay, ich möchte jetzt 10 Milliliter haben, dass da auch im Toleranzbereich diese 10 Milliliter rauskommen. Das ist wichtig. Genau das Gleiche ist im Endeffekt, wenn ihr hingeht und eine Schlauchlänge ändert. Das ist auch wieder eine Änderung der Gesamtphysik im Rohrsystem, sage ich jetzt mal. Und da muss dann auch überprüft werden, passt das Ganze noch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr installiert eure Anlage und führt die Kalibrierung und Überprüfung der Geräte auf der gleichen Höhe durch, wo ihr sie auch installiert habt. Ansonsten bringt das nichts. Dann kriegt ihr nämlich falsche Werte. Gerade bei Anlagen mit Flüssigkeitsüberprüfung, wie es jetzt hier zum Beispiel bei meiner Reef Factory X3 ist, oder bei anderen Anlagen auch, die das haben, da ist es vollkommen wurscht, ist es so, wenn ich dann meinetwegen den Eintrauffpunkt weiter runtergenommen habe oder eine Schlauchlänge geändert habe, dann passt das nicht mehr. Dann kann der im Endeffekt auch die Menge im Behälter nicht richtig berechnen, weil hinten nicht das rausgekommen ist, was im Vorfeld kalibriert wurde. Ja, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Ich habe hier zum Beispiel ein kleines Video von der Installation meiner Anlage. Die ist ungefähr auf Wasserhöhe zum Technikbecken, Wasserspiegel, verbaut. Soll auch im Endeffekt so sein. Die Wege sind so kurz wie möglich gehalten. Und der Abstand zur Wasseroberfläche ist, da habe ich auch noch ein separates Bild für euch, Moment, ist so kurz wie möglich gehalten. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn da entsprechend Material reintropft, beziehungsweise von oben runter tropft, dann je höher das fällt, desto mehr kann es spritzen. Dementsprechend können an den Scheiben entsprechende Rückstände zurückbleiben. An den Schläuchen können durch solche Höhenunterschiede, durch zu hohes Eintropfen, können Verkrustungen entstehen. Und ihr seht selber, ich habe an den Schläuchen keine Verkrustungen dran. Das hat im Endeffekt damit zu tun, dass ich A, sehr niedrig halte, und zum Zweiten, dass ich regelmäßig meine Schläuche natürlich überprüfe. Zu dem Thema Verkrustungen komme ich gleich nochmal. Jetzt habe ich euch gerade eben gezeigt, wie nah ich meine Schläuche tatsächlich an der Wasseroberfläche habe. Wie gesagt, so nah wie möglich. Einige Systeme sagen auch, dass das Ganze eingetaucht werden kann. Das ist unterschiedlich. Das wäre jetzt hier auch nicht wirklich ein Problem. Dadurch könnte man natürlich solche Verkrustungen auch dementsprechend verhindern. Was aber auch noch viel im Netz kursiert und was ich euch jetzt nochmal etwas genauer zeigen möchte, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise dass man da auch schon wieder auf die Informationen beziehungsweise Installationshinweise des Herstellers achten sollte, ist, wenn man bei den heutigen Versorgungssystemen, wird viel gesagt, hier und da beim KH kommt es zu Ausfällungen, kommt es zu Wassertrübungen. Das wollen wir jetzt mal so ein kleines bisschen beleuchten hier. Und zwar, es kommt tatsächlich zu einer gewissen Trübung in dem Moment. Das ist eine Reaktion, die da mit dem Wasser stattfindet. Das hat das mit CO2 zu tun und, und, und. Ich bin da nicht der Chemiker, ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Und das hat im Endeffekt damit zu tun, dass an solchen Stellen, dass unsere Systeme heutzutage, heutzutage, egal ob das jetzt Essentials sind, ob das Oceamo ist, ob es Triton ist, alle hochkonzentrierten Systeme werden dieses Problem haben, dass es zu einer Trübung kommt. Jetzt ist es notwendig, dass, wenn man solche Systeme hat, kann man, ja, ich sag mal, auf zwei Wegen vorgehen. Entweder ich gehe hin, benutze das Material pur, muss dann aber dafür sorgen, dass es an einer Stelle eingebracht wird, wo eine gute Verwirbelung stattfindet. Ich habe auch noch ein paar entsprechende Videos dazu, zeige ich euch gleich. Oder ich gehe hin und strecke meine entsprechenden Materialien mit Osmosewasser. Bei den Essentials ist es so, da habt ihr auf der Website dementsprechend einen Rechner. Da kann man dann aus 2,7, 5,4 machen, also verdoppeln das Ganze. Dementsprechend kann man dann auch mit diesem Wert dort weiterrechnen. Und das blende ich euch auch nochmal separat mit ein. Dort kann man dann dementsprechend auch hingehen und Verbräuche ausrechnen, wenn man das dementsprechend so gemacht hat. Also wenn ich jetzt hingehe und solche hochkonzentrierten Systeme verdünne, dann kommt es nicht so extrem mit diesen Verkrustungen. Da habt ihr dann überhaupt keine Probleme mehr. Und ja, ich sag mal, diese angeblichen Flocken da, die ich euch gleich zeigen werde, die nicht wirklich Flocken sind, das ist nur ein vorübergehender Effekt, die fallen dann auch nicht mehr so extrem aus. Wenn man keine Möglichkeit haben sollte, das an einer Stelle einzubringen, wo Strömung ist. Aber es ist eigentlich eine Kleinigkeit. Ich habe das zum Beispiel bei mir, wie ihr eben auch schon gesehen habt, in meinem Beruhigungsschacht, also sprich, wo das Wasser von oben runterkommt, da ist immer Bewegung drin. So, und jetzt gehen wir einfach mal hin, gucken uns das Ganze mal an, was passiert, wenn ich zwei Milliliter von den Essentials in einen Bereich reingebe, wo keine Bewegung ist oder fast keine Bewegung. Dann haben wir natürlich, wie ihr jetzt hier auf dem Video sehen könnt, es kommt diese Trübung zustande und dann so im weiteren Verlauf hat man das Gefühl, dass da so wie eine Art Flocken entstehen. Wie gesagt, es sind keine Flocken, das ist eine kurzzeitige chemische Reaktion. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht der Chemiker. Ihr könnt es mir gerne mit unten in die Kommentare reinschreiben oder ATI, Ben, schreibt doch mal bitte rein, was da genau passiert. Ich bin da zu blöd für. Also ihr habt gesehen, es entsteht eine Wolke, das Ganze setzt sich unten ab und dadurch, dass es nicht verwirbelt wird, ist natürlich klar, dass sich das Ganze auch nicht auflösen kann. So, im nächsten Video bin ich jetzt hingegangen und habe meinen Kreislauf wieder angeschmissen, also sprich, ich habe die Förderpumpe wieder angeschmissen. Ihr seht, dann wird das Ganze so ein bisschen aufgewirbelt und diese angeblichen Flocken werden dann da, wo Bewegung ist, aufgewirbelt und dementsprechend auch wieder aufgelöst. Die bleiben nicht dauerhaft. Wenn man jetzt natürlich einen Bereich hat, der tatsächlich ruhig ist, kann es sein, dass ein Teil sich am Boden absetzt und dort bleibt und der andere Teil wird aufgewirbelt und aufgelöst und geht dann ins Becken. Heißt im Umkehrschluss, ihr habt Verlust. Das heißt, da unten entsteht eine Kruste, die ihr nicht nutzen könnt, die ihr nicht nutzt, weil dort nicht genügend Bewegung im Spiel ist. So, im nächsten Video zeige ich euch, was passiert, wenn das Ganze jetzt schon dementsprechend in Bewegung ist. Ihr seht selber, die Flocken, Anführungszeichen, Flöckchen da entstehen, werden verwirbelt, lösen sich aber auch relativ zügig wieder auf. Das passiert dann in diesem Beruhigungsteil relativ gut, ohne Probleme. Ich bin jetzt hingegangen und ihr habt es garantiert auch schon gesehen im weiteren Verlauf. Ich habe da eine kleine Pumpe installiert. Diese Pumpe wird jedes Mal drei, vier Minuten vorher angesteuert, bevor eine Dosierung stattfindet. Ich habe mir meine Dosierzeiten rausgeschrieben, habe mir dementsprechend von Refactory diesen Power-Switch organisiert. Ist ja im Prinzip nichts anderes wie eine elektronische Zeitschaltuhr. Könnt natürlich auch andere Sachen nehmen. Und habe die so programmiert, dass die fünf Minuten vorher und noch zwei Minuten später noch läuft, nach der Dosierung. Und wie das Ganze dann aussieht, wenn das natürlich in einem gut durchströmten Bereich passiert, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Und ihr seht, es wird ein bisschen an Material, kommt es zu dieser leichten Trübung, aber dadurch, dass genug Strömung da ist, dass genug Material bewegt wird, löst sich das sofort auf und ihr habt überhaupt keine Probleme damit. Das wäre dann jetzt die zweite Variante, die dann im Endeffekt, ja, die ich dann jetzt halt durchführe. Alles in allem ist es eigentlich aber auch eine Verständnisfrage. Grundsätzlich gehe ich hin und überprüfe an meinem Becken immer alle technischen Installationen. Ob das jetzt der KH-Keeper ist, ob das ein Salinity Guardian ist, meine Dosierpumpe, Füllstände an meinen entsprechenden Dosierbehältern, obwohl ich das in der App habe, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und es kam dann hier und da, kann es ja schon mal passieren, dass irgendwo was drin hängt oder dass ein Behälter nicht hundertprozentig sauber war. Da kann es dann schon mal zu Problemen kommen, aber das seht ihr ja spätestens dann, wenn ihr die entsprechenden Messungen macht. Alles in allem ist es so, ich habe immer eine Routine, die ich einmal die Woche durchgehe, dann gucke ich mir meine Technik an, wie sieht es da aus, wie sieht es da aus, sollten sich tatsächlich am Schlauch Verkrustungen gezeigt haben, dann ist das normal, das ist Physik. Und dann gehe ich hin und reibe da dran, ich habe dir, wie gesagt, das sind Silikonschläuche, die sind schön weich und da geht man einfach hin und verreibt das und dann ist alles wieder gut. Wenn man solche Verkrustungen natürlich ignoriert und dran lässt und sagt, ja guck mal hier, was da für ein Mist ist, ja, der Mist entsteht nun mal aus physikalischen Gegebenheiten. Dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass Schlauchdurchmesser verändert werden, dass nicht die entsprechenden Mengen reingepumpt werden und und und. Das ist einfach, ja, also für mich ein normales Zutun, ich installiere das und ich überprüfe es regelmäßig, weil es ist Technik. Technik muss überprüft werden, es gibt nichts, was nicht überprüft werden muss und so ist es mit allem. Ja, Leute, kleines Thema und wieder viele, viele Dinge, die zu beachten sind. Im Endeffekt habt ihr gesehen, man muss sich eigentlich nur an das halten, was der Hersteller vorgibt, was der Hersteller verspricht und dann funktioniert auch alles so, wie es funktionieren soll. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kleine Bitte habe ich noch, wie gesagt eben, Ben, wenn du dieses Video hier schaust, dann schreib mir doch mal bitte runter in die Kommentare, was da beim KH beziehungsweise bei den Essentials Plus 1 passiert bei dieser Dosierung, damit das Ganze noch ein bisschen genauer erklärt ist, weil ich kann es im Endeffekt nicht wirklich genau erklären. Ich bin nicht der Chemiker. Ich weiß, dass da ein chemischer Prozess stattfindet. Ich weiß, dass da auch in irgendeiner Form kurzzeitig CO2 gebunden wird, aber um Gottes Willen, nein, ich will da gar nicht ins Detail reingehen. Ich habe da keinen Plan von. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es runter in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, was auch immer wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weiber. Ciao. Bis zum nächsten Mal. businesses Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.